Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu einem neuen Video mit unseren Fünflingen. Also, naja, noch sind sie nicht da. Aber, was wir als erstes jetzt machen, obwohl das war noch gar nicht. Was machst du denn? Genau, du gehst schlafen, du räumst auf. Aber wir machen das jetzt. Wir machen ja eben ne Baufolge, glaube ich. Denk ich mal. Passt raus. Ich weiß nicht was. Können wir hier hinmachen? Könnte man da? Könnte man, ne, so einen schönen Malraum machen? Kann man das so sagen? Sorry, ich geh nochmal zurück. Ja, mal einmal zu den Fensteren. Ist das Fenster? Oh, das ist ein kleiner Fenster. Ah, guck mal. Gibt es sogar auch ein Ghost. Ist das auch ein Fenster? Ja, ne? Ja, nice. So. Das können wir hier eigentlich auch machen. Oder das, was ich ja hier... Hier, Vorhabe. Sieht aus wie so'n Spiegel, ne? Na, okay. Ich möchte so'n kleinen Gräb... Tiefraum machen. Tiefraum machen. Okay, so. Einmal bitte Farbe. So. Zurück. Und das auch zurück. So, nochmal neu. Na. Ach, guck mal, da gehst du... Da. Okay, so. Und zack. Ist ja wie so'n Spiegel. Ach, da haben wir auch noch nicht mal... Da haben wir da noch nicht mal einen Böden drehen. Ein Böden. Ein Böden, 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 Böden. Und dann... What the hell is? Your hand is... So, 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 so. Aber ich mach das eben schnell wie so'n Spiegel. Du bist so'n Spiegel. Und dann schaue ich das mit. Du bist so'n Spiegel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untergarten, oder? Ja, da. Da. Sieh, sie wird sogar springen. Äh, wo? Jetzt stehen die alle zu nah. Oder... Hier in der Ecke geht das. Aber habe ich nicht versucht. Silas! Geh weg! Ich hab doch den Cheat-Agro gemacht, oder nicht? Selbst für den Cheat seid ihr zum Nah. Ja, dann können wir das leider doch nicht schauen. Ach, muss draußen, weil das echt drinnen ist. Oh, mies. Ja, dann... Können wir den leider doch nicht holen. Dann musst du's alles... Alles bierhand selber machen. So, wenn du wach wirst, gehst du bitte pinkeln. Und fühlst dich direkt wie Cat. So... Hunger... Geht schon, ist... Schlafen... Okay, den geht's an. Gut, dann kannst du Reste essen. Und... Dann kannst du bitte... Füllen. Oh, what? Du's mir weh, Douglas. Was ist das? Ist das jetzt deine heimliche Rache? Uh, in diesem... Part... werden die Babys aber nicht kommen. Weil ich jetzt... den Part... beenden werde? Nein, noch nicht. Hallo? Die wollen ja auch, dass du dich unwohl fühlst. Okay. Dann geh noch mal pipi machen. Gleich fühl ich ja dann wieder wohler. Hier, äh... Hier, äh... Hier, äh... Hier, äh... Da sind auch alle noch Durste. Äh, äh... Gartenpflegende. Hallo Brasmus. Aua! Die Last... Lass das! Okay, die ist ihr auf dem Weg. Okay, sie ist da. So, dann mach das mal bitte schnell. Ähm... Nein! Spende doch jetzt nicht mein letztes Geld! Wie sehe ich denn aus? Jetzt ist sie sehr wütend. Max muss gleich zur Arbeit. Du... Hier! Nee! Stopp! Äh... Arbeit! Gib in Elternzeit! Los! Kannst deine Frauen... Schön unterstützen! Und zwar, indem du dich um... die Wäsche kümmerst! Die Wäsche kümmerst! Die Wäsche kümmerst! Die Wäsche kümmerst! Fände ich ganz nice, so... Fände ich ganz toll! Oh, nice! Hat er sowas gebracht! Achso! Und dann kannst du ein bisschen Sport machen. Du wirst sonst auch immer so viel Sport machen. Kannst du dann jetzt auch machen. So, welche waschen? Hab ich hier irgendwas zu tun? Okay, dann... Rose! Dann machst du einen Ausdauerlauf. Pause! Ist jetzt alles hier versorgt? Ich drück nochmal auf Gartenpflege, man weiß ja nicht... Okay. Dann machen wir doch mal... Megaverkauf! 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 Und hier ist auch mal was, was Megaverkauf werden kann. So, und dann habe ich lübscher Verordnungs noch. Ich klicke das mal einfach an. Okay. So, sonst gibt es hier nichts mehr zu... Du kannst aber wieder aufs Klo gehen. Die 5 Kiddies scheinen ganz schön auf die Blase zu drücken. Dann kannst du noch mal Reste essen und dann eventuell noch mal aufs Klo oder schlafen gehen, je nachdem was du brauchst. Schön. Schön. Weil du hast auch ganz schön zugenommen, ne? Ich mein... Ist ja nicht schlimm. Alles easy. Wir sehen das hier... Ich mach so ein... So, dann kannst du dir auf die Wäscheleine hängen. Und dann... Darfst du... ... Hier muss ich anders stellen. Weil die sich immer dahinter... ...waggen, aber egal. Darfst du ne... ...n... ...n... ...baden... ...hier. Nee, aber erst machst du die Wäsche. Also echt. Nee, aber erst machst du die Wäsche. Schlafen. So. Oh. 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 Hast du schon hingelegt? Okay. Die muss nämlich dann nicht mehr aufschlafen. Klo. Also echt. Warum räumst du das eigentlich nicht mehr weg? So. Meine Frau geht schlafen. Achso, ja gut. Wollte ich auch gerade beenden. Aber dann brauche ich das ja gar nicht mehr machen. Sonst schwulen wir mal ein bisschen wieder vor. Damit der ein bisschen schneller da... Die Wäsche holt. Sock. Nee. Bringst du den in den Trockner? Ach. Ich dachte, ich hätte auf die Wäscheleine geklickt. Aber anscheinend nicht. So. Nee. Hier. Damit du keinen Muskelkater kriegst. Und sobald ihr... ...in der Badewanne liegt... ...und lasse ich euch... ...mit diesem wunderschönen Bild... ...ja... ...werde ich diesen Part... ...dann beenden. Oh, ich seh grad, das müssen wir auch noch mit der Wand begleiten. Uh-huh. 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 Musst du das Licht anmachen, wenn du dich gehst, also ich dir eine Frau schläft. nice hause und so sieht echt verrostet aus vielleicht sollten wir eine andere wandeln dahinten aber mit diesem wunderschönen bild lasse ich euch jetzt allein ich hoffe euch hat der part gefallen wenn ja lasst ein like und ein abo da und dann sehen wir uns am freitag wieder zu einem neuen video und am mittwoch zum video von meiner besten freundin und vielleicht kommt ihr ja mal rum auf twitch und guckt mir beim stream zu also bleibt gesund und bis dann tschüss und ich hoffe ihr hattet schöne ostertage und noch einen schönen reis nee ostermontag kommt das video gar nicht aber ich hoffe ihr hattet schöne ostern und bis dann tschüss